Ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo. Heute Abend 19 Uhr, Brennerchen Plays auf Twitch, wird wieder eine Runde geclashed und gezockt. Wir haben Clanwoar abgeschlossen, das heißt er ist kurz davor eine Stunde ausgelaufen, haben dementsprechend, was ich jetzt schon mal verraten kann, richtig, richtig coole Angriffe zu bieten, die ich mit euch natürlich abchecken will. Je nachdem, schauen wir mal wie der Loot ist, was der Farm macht, ich bringe auf den aktuellsten Stand, wie meine Base ausschaut und vielleicht checken wir auch die ein oder andere Base ab. Muss ich mal schauen, was mir da spontan einfällt. 19 Uhr geht's los, Link wie immer findet ihr unten in der Beschreibung. Ich freue mich auf euch, bis heute Abend dann, ciao.